Ich habe eine Rose von der Technik für euch. Es ist die Spotlight Rose, speziell. Wo war die Wieserin? Hat noch mehr Blumen? Er sollte jetzt ruhig hergehen. Nicht mehr mit. Ich wollte nur sagen, damit das auch ganz klar ist, wir haben eben die Spotlight Rose von der Technik überreicht. Das war das erste Mal in acht Jahren, dass wir eine Blume hier überreicht haben. Ich freue mich auch, dass es andere getan haben. Da war eine junge Miss eines junges österreichischen Popmagazins auch überreicht. Wenn noch irgendjemand was hat, was er hergeben will, soll er es jetzt hergeben. Bill, I wish you really great times and I wish you come back to Vienna to our show, please. Because there is just one Bill Haley in the world. That's you. Thank you very much. Thank you, Peter. And thank you so much to everybody who has treated us so nicely. Before I go, I'd like to dedicate a song to Peter and to all of you. It goes like this. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, I hear the clock, rock. Five, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock, rock. Rock, rock, tonight, huntin' you got the right song. We're high, perhaps somebody with the clock, we're gonna rock, 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 rock. We're gonna rock, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020